Es ist jeder einfach nicht gut. Ich hab auch ne richtig gute Idee. Ähm, nicht lügen, du hattest noch nie in Master Builders eine gute Idee und schon gar keine gute Umsetzung. Ja, schon. Bei mir mag ich es immer an der Umsetzung, aber nicht an der Idee. Doch. Doch. Er hat gesagt, okay, kann ich nicht beurteilen, man erkennt die Idee nie. Das stimmt wohl. Und ehrlich, wenn ihr einmal ne gute Idee habt, glaubt, das kann nicht gut gehen. Was? Dieser Beitrag, wenn er dann mal ne gute Idee hat, lauft. Das kann nicht gut gehen. Doch, fort weg. Das kann nicht gut ausgehen. Hallöchen. Willkommen zur heutigen Show Miene-Kraft. Wir nennen uns heute wieder die kleinen Seehunde. Wie ein Hund Master Builders. Und die brauchen alle jetzt einen schönen kleinen Penis. Nein. Was? Nein. Wo ist der von Leander-Penis? Sieht nur so klein wie... Halt deine Fresse, okay? Hallo? Erstmal müssen wir anmerken, diese Aufnahme beginnen wir jetzt ein paar Minuten später als geplant, weil der Leander ist zu dumm, um sich zu merken, auf welchem Server welcher Modus ist. Er geht immer, wenn wir Master Builders spielen, auf Mindflex. Immer, wenn wir Mörder spielen wollen, geht er auf Mindflex. Und wenn wir Master Builders spielen wollen, dann ist er auf Hypixel zu finden. Nein. Also bitte mal, alle in die Kommentare, ein Hashtag, ein Hashtag, ey Leute, sei mal kurz ruhig. Also schreibt mal alle ein Hashtag, LordEcke kann sich kein Server merken in die Kommentare. Nein, bitte. Na alle, los, alle, jeder Zuschauer, der das nicht reinschreibt, wird getreten und geschlagen. Und ich finde raus, wo sein Haus wohnt. Wo sein Haus wohnt, das ist schön. Ja, ich sag dir, ich finde raus, wo dein Haus wohnt. Und wenn ich's rausgefunden hab, wohnt's nicht mehr da. Bestansage. Okay, wenn ihr mal den Leander mal begrüßen wollt und sagen wollt, dass er scheiße ist, hier ist sein Interesse, er wohnt am Schlager 18 in der Dollstraße. Was? Was denn jetzt hier nur sagen? Also nochmal, nochmal kurz, um das Ganze, was wir jetzt machen, zusammenzupappen. Wir machen mal wieder eine Runde Duell der Baugiganten. Und dein Leander ist auch dabei. Leider. Was, das wird nicht dazugezählt? Nee. Ja. Stimmt mal, stimmt mal ab. Wir nehmen dich nur, weil deine Mutter uns gesagt hat, dass wir Geld bekommen. Nein, nein. Jan, du musst es so sehen. Videos sind immer besser, wenn einer dabei ist, der einfach scheiße ist. Das ist in meinen Videos auch der Fall. Da übernimmt der Leander diese Rolle. Das stimmt wohl. Ey, irgendwann wird mich dafür rächen. Nee, würde ich mir nicht vorstellen. Du bist ein ziemlicher Pussy. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich hier nach jedem Bauwerk hier eine Abstimmung einfüge, wer von uns dreien das Beste gemacht hat. Das wäre nicht schlecht. Das wäre cool. Dann sehen wir mal, auf welchem Glas Leander ist. Ich denke, irgendwie letzter. Ja, ganz ehrlich. Wir müssen deine Robise beibringen, dass sie Leander zu hassen haben. Also, Leute. Wenn ihr den Leander nicht hasst, dann werdet ihr auch von meinem Channel geblockt. Und dann besuch ich euch und bring euch um. Ja, ähm. Wer für mich abstimmt, den bring ich auch um. Leander, ich hab ein Auge auf dich. Hä, wie, wer für dich abstimmt, den bringst du? Es geht doch darum, wer das Beste baut in der Abstimmung. Was? Nein. Ja, er macht genauso wie jetzt gesagt. Ja, okay, alle nicht für Gomez Lehrling stimmen. Er will nicht gewählt werden. Ja, ich hab das nicht gebracht. Wenn ihr gedacht hättet, ihr habt gefälligst auf Englisch zu spielen. Nö. Ja. Das war's. Ich hab Scheiße gebaut. Wie? Bei mir ist selber, da sind zwei Bilder unter Wasser. Die sind aber unter Wasser. Ja, mir auch. Meins ist keine Strandparty. Meins ist Verein der Missgeburt. Eine Wo- Das kriegt nur Kiwaißkuh. Also, ich versteh's ja. Pool heißt auch Billiard. Er hat gesagt, Pool ist eine andere Art Spiel. Aber es war halt in dem Fall was anderes gemeint. Scheiße, ich hab vergessen zu bewerten. Aha. Das ist besser als meins auf jeden Fall. Gebe ich... Den gebe ich auch okay, weil's lustig ist. Ich finde... Das Problem war, ich wollte eigentlich noch so einen DJ und so in der Bar machen, aber ich hab's einfach nicht mehr geschafft, weil mein Ding ja zweimal eingestürzt ist. Ich finde, das sieht richtig cool aus eigentlich, diese Wanne nenn ich's mal, wo die drin sind, der Pool an sich halt. Ich finde, der sieht voll cool aus. Der sieht auch okay. Genau. Genau, ich wollte so was machen mit Musikblöcken eigentlich und so'n DJ und so, aber ich hab's nicht mehr geschafft, leider. Plattenspieler, die musste ich erst mal suchen, weil ich nicht wusste, wie die heißen. Ich auch, ich muss mal wieder auf Englisch stellen, weil auf Deutsch kenne ich die Begriffe einfach. Deutsche ist scheiße. Wir sind Deutsche. Äh. Du weißt du. Nein, aber ich... Ich kann's auf Deutsch nicht. Ich geb'n okay, weil ich heute alle ne okay geh. Das ist ein Kochtopf. Das ist ne Lidl. Ich weiß nicht, das ist so lustig. Und das ist gut. Es kriegt'n okay, weil's gut ist. So, so ein... Ich glaub, das ist so ein Club oder? Leute, Hashtag, es kriegt'n okay, weil's gut ist. Es ist sogar... Die Zäune hier an der Seite versauen. Ich hab' mir ein Facebook umgegeben. Ja, und danach im Video noch, das gibt... Ich weiß. Und danach im Video auch noch mal, das gibt'n mehr, weil's okay ist. Ohne Disco-Kugeln. Ich weiß. Das hab' ich auch mit Absicht gesagt. Ich geb'n okay, mal. Das ist halt richtig viel an sich gebaut. Und das Becken an sich cool, aber dass manche Villager unter Wasser sind. Dass die auf den Blöcken im Wasser stehen, kann man zwar nicht anders machen, aber das sieht halt nicht so toll aus. Bleeding! Leute, das kriegt auch von mir ein Bleeding, weil ich kein Problem habe. Es kriegt'n Bleeding, weil's meh ist. Genau. Das ist jetzt ein Insider. Vor allem, hier noch schön ein Glas blockt. Voll daneben gesetzt. Ähm. Das ist... Also ich kapier' die Idee. Es kriegt'n okay, weil ich die Idee ganz so viel bin. Ja, der Ansatz. Der Ansatz ist gut. Es ist halt leider nicht fertig. Ich geb'n okay noch. Ich find' das cool, wegen den Treppen, die da sind unter Wasser. Ja, ich sag' dir. Der Ansatz ist cool. Der Action-Man-Horse. Der Ansatz war wirklich sehr gut. Das ist einfach ein riesiges Becken mit zwei, die tauchen. Aber ich find' das sieht... Ich geb'n... Ich geb'n amazing. Das ist deins. Ja. Ich geb'n okay, weil ich find' das Becken sieht cool aus. Danke sehr, ich hab' wieder Glück. Einer schreibt Drowning, dann Andra. Los, rettet sie. Achso, ich dachte, das wär' Leander. Ich bin so schlau. Ähm. Das ist keine Pool-Party. So. Ich seh, ich sag'n Nachschworn. Ja, ich hab' das ein bisschen aufgeändert, aber... Das ist da... Das ist da... Das ist da... Sehr. Sag' mal... Ist das dein Ernst? Ich hab' dir jetzt ein Bleeding gegeben, weil das Thema Pool-Party war und nicht einsame Insel. Und wow, ein Becken voller Wasser. Ich geb'n meh, weil... Es ist nicht einsam, die sind zusammen und schön am Strand. Es gab schlechtere, deswegen geb' ich neh. Ich geb'n... Ich hab' da jetzt leider nicht sehen können. Ich weiß echt jetzt. Der hat eine einsame Insel gebaut. Ja, das ist auch eine Version von meinem. Ich geb'n okay. Ich schneid' einfach diese Wunde raus, oder? Nö. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin... 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 Und Jan, du hörst jetzt mal auf, hier die ganze Zeit dumm rumzujodeln. 4-2. 4-2. Oh, oh mein Gott. Oh, der Lerner ist immer dir, Jan. Wie gesagt, er hat einfach ne einsame Insel gebaut, im Meer mit ein paar Villageern drauf, statt nach Blasch. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Leander. Ich hab' dir sogar... Ich hab' dir meine Mail gegeben, Leander. Danke. Echt? Ja. Ich hab' dir... 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 Ja, das ist genau wie beim Thema Angel, wenn man ne Angel baut. Ich hab' dir... Ich hab' dir einfach nicht gut. Ich hab' auch ne richtig gute Idee. Ähm, nicht lügen. Du hattest noch nie in Master Builders eine gute Idee und schon gar keine gute Umsetzung. Ja, schon. Umsetzung. Bei mir mag ich's immer an der Umsetzung, aber nicht an der Idee. Doch. Doch. Er gesagt, okay, kann ich nicht beurteilen, man erkennt die Idee nie. Das stimmt wohl. Und ehrlich, wenn... Wenn ihr einmal ne gute Idee habt, glaubt, das kann nicht gut gehen. Was? Was? Dieser Beitrag. Wenn er dann mal ne gute Idee hat, lauft. Das kann nicht gut gehen. Doch, bohrt weg. Das kann nicht gut ausgehen. ... Man sieht, glaub ich, was ich hier noch machen will, ist ja auch nicht schwer zu erraten. Ich denke mal, ein Geschenk eventuell. Das ist, das ist, das ist eine Idee. Oh mein Gott, wir müssen den Boss davon berichten. Scheiße, er hat uns entzahnt. Wir müssen, wir müssen den Boss davon berichten. Oder wir müssen, wir müssen was essen gehen. Da hast du recht. Heute 8 Uhr. Das ergibt keinen Sinn. Nein, Leander bezahlt. Ja, er hat gezahlt. Gut, wir sind uns alle einig, der Leander bezahlt. Das waren merkwürdige Geräusche. Übrigens, Sie müssen doch die Schilder an meinem Ding lesen. Oh nee, Schilder sagen schon aus, dass es scheiße wird. Also ich habe ein tolles, ich habe ein sehr tolles Geschenk gemacht. Da freut sich jeder drüber, wenn er an Weihnachten so etwas Wunderbares bekommt. Ist da scheiße drin? Nein, etwas viel Besseres. Oh, oh, das ist scheiße. Wenn ich das zu Weihnachten bekommen würde, Junge, ich würde mich freuen. Ich habe ein bisschen mehr in den Messpack. Ja, es sieht nicht aus, wenn man von 100 Minuten gefordert hat. Ah, meins ist nicht toll. Meins geht eigentlich voll. Boah, das finde ich cool. Das ist cool, das klingt okay. Warum klingt nicht? Alles nur Geschenke. Ich habe trotzdem eine gute Bewertung gegeben. Ich habe ein gut gegeben, weil ich glaube, das wird wirklich eines der besten. Aber wir schnüren, wir sind sehr übertrungen. Oh, aber wir schnüren, ganz gute Idee. Also dafür gebe ich... Das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten, Awesome. Also dafür gebe ich einen... Günther, das ist doch dein. Ja. Ja. Also das war sehr, sehr, sehr schön. Ach, ein Kasten. Bad Liftler. Also bei mir müsste er wieder das Ganze betrachten und nicht nur die Geschenke. Das ist ein Bleeding. Das Kicken. Er könnte bei mir bitte dann das Ganze betrachten und nicht nur die Geschenke. Nein, ich habe nur das Kicken mit Scheiße. Alter, wie hat er das so schnell gebaut? Ach, du schon eine Kicken. Okay, das ist gut. Das Kicken gut, das ist hart. Ich schwenke zwischen Amazing und Awesome gerade. Ich lasse Zufall entscheiden, was ist, wenn die Zeit rum ist. Amazing. Ich habe ein gut gegeben, weil sowas abgehört. Ich Amazing. Ähm, da sind... Guck die rein. Guck die rein auf die Schilder. Guck die rein auf die Schilder. Tiere, Diamant... Hä, wo sind denn Schilder? Hier, hier. Have a great life. Ich weiß nicht, ob meine Bewertung noch durchgekommen ist. Ich habe ganz am Ende bewertet. Tannenbaum mit Geschwister. Oh, Weihnachtsbaum. Das ist Leander... Oh, das ist cool. Leander... Töte den Christen. Dein Ernst? Habe ich so für Jan gemacht. Ich bin auch Christ. Gleich, erzählen Sie alle. Oh, das sieht ja auch ganz gut aus. Alter, hier sind so viele Gute. Ich habe keine Chance. Der Song ist... Lalalala... Lalalalalala... Ne, sowas wie... Also ich von deinem Sinn nicht gut. Lerander, sowas wie du gerade gebaut hast, baue ich halt immer beim Thema Weihnachten. Damit habe ich meinen ersten Sieg in Master Builders überhaupt eingefahren. Alter, das ist... Mein allererstige Master Builders soll mein Kuscheltier werden, da habe ich jeden Fall... Mann, ich muss schon sagen... Oh, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ja, ich vergeb dir nur Guts. Ich muss schon sagen, dass eure zu meinen Favoriten gehört haben. Däm. Nein, zwar bist du ja das Schlechteste, bin ich ehrlich. Nein, aber ich fand es gut mit der Schnur. Und bei Jan fand ich es gut, dass er Inhalt gemacht hat. Keiner hat bis jetzt den Inhalt gezeigt. Ich schon, ey. Ich hatte... Doch, er hat es mal TNT reingemacht. Ich hatte doch auch... Und die andere ist scheiße. Bei mir war doch auch Inhalt drin. Hier gebe ich ausnahmsweise nur ein Okay. Bei mir war bei einem zweiten Kleingeschenk daneben ein Stack Steaks drin. Achso. Ja, aber es war halt vorhanden gelegt. Aber es ist cool, dass bei Jan hier drin waren. Bei dir fand ich es cool, dass da noch eine Scheife war. Ich habe gewonnen. Ich bin dein Letzter. Ja, ich habe weiter. Ich habe doch gesagt. Hey, das ist jetzt bisher mein fünfter Sieg oder so. Bitte gutes Thema. Pokémon am Best. Bitte Pokémon, ja. Ich mache ein Fenster dafür. Fuck. Bitte nicht. Auf Seelschuss habe ich nur wirklich keinen Bock. Pech gehabt. Oh man. Ich weiß jetzt schon, dass ich reinscheißen werde. Danke, dass der Blog nicht in mein Inventar kommt, obwohl ich ihn reingezogen habe. Danke. Jetzt ist er drin. Ich weiß nicht mal, wie man das baut. Ich weiß nicht richtig, wie das aussieht. Boah, ey, bist du scheiße. Jeder weiß, wie der an den Osten sieht. Ja, ich habe so ein ungefähres Bild im Kopf. Aber Umsetzung. auch du nicht. Ich will nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ja nur den Döner ich brauche ein paar Lichter dran merkt ihr dass es scheiße aussieht ich bin eigentlich zufrieden muss ich sagen das sieht nur ein bisschen sehr scheiße aus also das ist das Thumbnail ich kann mich im Moment richtig verbrudeln darf ich auch mal nein hoffentlich in meiner Einsamkeit das ist sehr minimalistisch aber an sich gut ich gebe man okay was wenn das minimalistisch ist ist meins mega minimalistisch meins ist eigentlich ziemlich groß sogar weil ich hab bei mir nicht auf die Tasten geaucht ich hab bei mir halt nicht auf die Tasten geachtet sag ich mal so das soll nicht das sein was bewertet wird daran ach du kacke ich gebe mir okay warum ach du kacke ich finde es super geil das geht in der Mainz das ist ja nicht mal ein Piano das ist ja nicht mal ein Piano das ist ja nicht mal ein Piano das ist ja auch nicht das ist ja auch nicht das sind nur die Klaviertasten das sieht nicht gut aus die Tastatur von mir kriegt es nur ne ich weiß egal die sind zu lang die Dinger verfehre es zu dem was ich gebaut habe und meins ist scheiße bei mir meins ist so minimalistisch das kennt ihr gar nicht der Name von den Küken ist auch ein Block ähm das von dir Günther hier ist der Döner ach so lol das sieht man nicht oh mein du hast doch so geile ich sag ja das wichtigste für Leander ne meins ist noch minimalistischer aber das hier ist das schlechteste dass ich bisher in Master Villers gesehen habe Vielleicht sogar ein Klammier aus Holz und Sand! Meins ist noch minimalistischer. Das ist so minimalistisch, dass man hingucken muss, damit man das erkennt. Oh, das ist cool. Das kriegt ein Gurt. Ne, das kriegt sogar ein Amazing-Gurt. Ne, von mir nur ein Gurt. Ich glaube, über die Druckplatten, ich bin ein Gangster. Wer macht die Blöda? Oh, Liebe! Oh, Jan! Das ist der Jan. Gut. Digga! Bei mir gibt's Äpfel. Das ist das... Sag dir, scheiße minimalistisch. Meins ist das minimalistischste. Das hier. Ich hab hier sogar das Innere. Okay. Man sieht sogar das Innere von Pidiano. Hier in der Runde kann ich mir auf jeden Fall die Abstimmung sparen. Hier war glaube ich mal ich der Beste von uns drei. Hallo, man sieht nur das Innere vom Pidiano. Das war sonst nirgendwo do. In zwei Zentimeter... Boah, der ist geil. Der ist der Beste bisher. Das stimmt wohl. Alter, du weißt nicht mal wie ein Pirano am Trend aussieht. Doch, weiß ich. Aber ich will die Tasten sehen. Nein. Es ging auch ums Innere vom Pidiano. Aber das war viel zu minimalistisch. Na und? Der Smiley war das. Das ist nicht schlecht, es kriegt ein okayes Krieg. Ich geb jetzt aus Mut allem Meisterpleeding. So was sad. Ne, aber ich hab hier kein Meisterpleeding gegeben. Das ist doch die letzte Runde. Ich muss nach der Runde hier aufhören. Nein. Aber der hat es gut gemacht. Obwohl er nicht fertig ist. Die Tastatur ist gut. Was gibt ihr? Okay. Ich hab jetzt das okay gegeben. Dieses Mal sind, denke ich, auch alle laut genug in der Aufnahme ausnahmsweise heute. Boah, das ist gut. Also der Sessel ist halt doof, dass da noch einige Blöcke fehlen. Das ist gut von mir. Mit Rückenbrot. Nö. Bitte hast du mir auch immer Eisterpleeding gegeben. Äh, nein. 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 Und Auswertung? Wie hoch bin ich? Aufschicht. Ich bin sehr der Typ der Erster. Kann gut sein. Ich bin immer noch nicht drin, hä? Ja. Was? Ja, ich bin voraus. Scheißer. Scheißer. So scheißer. So wuschel. Scheißer. Scheißer. Bei mir ist der Leander jetzt gemutet. Schön. Das tut gut. Das war's mit dieser Aufnahme. Der Leander ist in der Aufnahme. Hallo? Warum habt ihr mich rausgeschmissen? So. Er ist wieder draußen. Hallo? Hallo? Ich will dich schnell vor ein Eier legt. Hallo? 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 Wir wollen dich nicht! Wir sind raus! Die erkennen nichtstens meine Kunst. Ich hab ihn gerade rausgeworfen. Nein! Geh raus, Leander! So. Das war's. Bis zum nächsten Part. Tschau. 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 Tschau!